hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier auf meinem kanal heute geht es wieder um ein ja ich bin schon wieder so mega begeistert um ein wirklich tolles objektiv was ich euch zeigen möchte ein wildrocks 27 mm objektiv wieder mit einer sagenhaften offenblende von 1.2 und wieder was mich schon bei dem letzten modell so begeistert hat mit diesem kleinen zusatz pro auf dieser linse wildrocks gehört im moment für mich persönlich zu den objektiv dritterstellern die wirklich die ärmel hochkrempeln und wirklich ja irgendwie den nerv des nutzers der jeweiligen kameras ja wirklich trifft in diesem falle habe ich das jetzt hier getestet an der fuji x h2s also fuji x mount ich habe aber gelesen dass dieses objektiv das 27 mm objektiv dass es dann auch wieder einmal für sony e mount und auch für das nikon set mount geben wird allerdings für kameras und so ist es auch konzipiert für kameras mit einem aps c sensor also die etwas kleineren sensoren und ja der markt muss schließlich bedient werden und wildrocks ist auf einem guten weg wirklich so einigen wirklich den rang ab zu ja abzuschnappen und die machen ihren job wirklich wirklich gut was ja auch gezeigt hat mein großes lobgesang ihr wildrocks 75 mm aus dem letzten video was ich euch gezeigt habe es wird jetzt nicht gerade ein sehr großes umfangreiches video werden ein durchdachtes review an dieser stelle denn ich habe es jetzt nur ein paar stunden erst mal benutzt ich weiß aber jetzt schon es wird einige beiträge von mir nachgereicht denn ich bin der meinung das ist ein perfektes objektiv zumindest von der brennweite von dem bildwinkel für die street photography und das thema ist sowieso ganz ganz hoch oben auf meiner liste und möchte ich gerne speziell mit dieser linse danach her auch abarbeiten nun 27 mm wer aus dem hause fuji kommt weiß 27 millimeter ist ein bekanntes objektiv und gibt es auch schon in der zweiten generation allerdings hier auf kompaktheit gesetzt es ist ein pancake objektiv und hat zwar auch vielleicht eine gewisse lichtstärke von 2.8 soweit ich gelesen habe was denn aber auch aufgefallen ist die zweite generation hätten sind meiner meinung nach vielleicht doch sich noch ein bisschen zeit lassen sollen und vielleicht ein bisschen ja das so konzipiert dass es auch glänzen würde an kameras mit einem 40 megapixel sensor nun ich habe hier mit der x h2s auch nur die 26 megapixel aber was ich schon so mitbekommen habe die menschen die das ganze hier schon getestet haben auch mit einer xt 5 zum beispiel mit 40 megapixeln waren trotz alledem von der schärfen leistung mitte rand gut begeistert und dieses objektiv packen packt natürlich dann auf die 40 megapixel nun ich packe euch unten auch link rein sobald dieses objektiv auch wirklich auf den markt erhältlich ist im moment ist es noch nicht so trotzdem möchte ich gerne schon mal darüber reden euch den mund ein bisschen wässrig machen denn ich habe sehr gute erfahrung damit gesammelt kommen wir aber vielleicht erst mal zur brennweite 27 mm am ap sc ergibt einen bildwinkel von 55 56 grad und das gleiche erreichen wir auch würden wir am vollformat zum beispiel mit einem 40 mm objektiv fotografieren und das stellt für mich als bekennender reportage fotograf oder auch videograf bei den 35 mm auch wieder so einen perfekten bildwinkel da ja ein immer drauf objektiv und das als festbrennweite und das mit dieser enormen lichtstärke finde ich unheimlich gelungen ich habe jetzt allerdings benutzt jetzt erstmal wieder für die porträt fotografie also alles in diesem kleineren bereich ich bin froh mein sohn ich war mit ihm in der stadt ich durfte ein zwei fotos von ihnen machen dann habe ich eine eine ganz ganz nette frau kennengelernt verkäuferin in so einem schuhfach geschäfte und ich fand mega interessant mit ihren haaren und so die hat so schön geleckt habe ich sie gefragt ob ich sie fotografieren darf im laden hier bei relativ blöden lichtverhältnis es war gemischtes licht von draußen kam nicht rein und trotz alledem hier bei der offenblende 1.2 im porträtbereich haben wir bei den 27 mm hier sogar noch eine freistellung und das finde ich ebenso mega interessant wir können hier mit wirklich kurzen belichtungszeiten arbeiten und das gibt dem bild auch wieder einen ganz ganz besonderen look kommen wir mal so ein bisschen zu den eckdaten es ist hier an der x h 2 s liegt es sehr angenehm an der hand wenn ihr kameras nimmt vielleicht aus der x e reihe x e 1 2 3 4 das sind ja kleine kompakte kameras und die street fotografie die man normalerweise ausübt klein unauffällig und da sind diese pancake objektive sicherlich super angebracht gerade wenn man so locker flockig aus der hüfte fotografieren möchte die wirkliche street photography mit diesem objektiv ja ist dann schon ein bisschen auffälliger mal eben unbeobachtet fotografieren wird hiermit nicht funktionieren aber um auch das mal wieder anzugehen ich werde wenn ich die street fotografie jetzt angehen mit diesem objektiv die leute ungefragt fotografieren aber trotzdem anschließend zu ihnen hingehen und fragen ob ich diese bilder für diese zwecke also für den nächsten beitrag den ich euch präsentieren werde dann auch benutzen darf ich mache es jetzt nicht einfach so weil deutschland ist klein und vielleicht sieht das mal irgendjemand und sagen warum hast du das bild genommen also in diese netz werden möchte ich mich auf jeden fall nicht setzen also ich finde ein immer auf immer drauf objektiv ich weiß einige im street bereich fotografieren äquivalent zum vollformat auch gerne mit 28 millimeter gerade die so ein bisschen das minimalistische haben möchten viel mit architektur drauf haben möchten schatten verläufe und denn eine kleine person fast einzeln alleine irgendwo stehen da braucht man ein bisschen weiteren winkel das wird hier vielleicht ein bisschen schwierig oder man muss halt unheimlich weit nach hinten gehen dennoch finde ich für meine bereiche deckt das ding unheimlich viel ab und würde mich auch nicht scheuen zu sagen michael welches objektiv an der fuji xh2s würdest du nehmen um eine komplette hochzeit zu fotografieren als festbrennweite und dann sage ich von vornherein schon mal das wäre dieses objektiv ein kleines wie ich finde immer drauf objektiv es steht nicht umsonst die pro linse oder wieder als pro linse drauf ich finde die schärfenleistung schon bei offenblende 1.2 im zentrum genial für mich absolut brauchbar und das zieht sich auch bis in den rand rein klar ein bisschen abblenden bringt immer noch zusätzliche schärfe bis in den randbereich rein aber ich sag mal das was hier schon am anfang so abgeliefert wird ja muss ich sagen bin ich mega zufrieden auch viel die offenblende 1.2 benutzt nicht das gefühl gehabt blende mal ab dann siehst du vielleicht wesentlich mehr mehr schärfe die in der gesamt betrachtung des bildes natürlich viel ausgemacht hätte nein hat es nicht also ich finde hier offenblende 1.2 richtig richtig genial bis auf den blendenring und das freut natürlich viele fujianer hier vorne gibt es hier weiter keine schalter auch die streulichtblende klingt oder klickt sich ganz ganz gut ein hält alles stabil die ist mir auch noch so nicht abgeschraubt worden wir haben einen filterdurchmesser vorne von den üblichen 67 mm deswegen passen nachher auch meine ganzen filter nachher darauf und gerade nachher zur videografie wenn ich draußen unterwegs bin muss ich sagen ja funktioniert das hervorragend schärfe habe ich jetzt gesprochen kommen wir mal zu diesen drei typischen chromatische aberrationen verzeichnungen und so weiter also chromatische aberrationen ich habe es mal wieder auf die spitze getrieben irgendwo baumwipfel gemacht gegenlicht haben sie super super weggearbeitet 15 linsen in elf gruppen mit schönen linsen dazwischen die das ein oder andere wegarbeiten können haben sie hier alles mit eingebaut und das sagenhaft den preis habe ich jetzt noch nicht genau ich habe jetzt mal auf eine andere seite geguckt da war so ein preis durchgesickert so zwischen 5 und 600 euro ich schätze mal das pendelt sich wieder ein dass sie sagen am anfang 599 euro und dann wird der preis ein bisschen fallen und ich muss sagen dem geschuldet wie die wie die abbildungsleistung ist gerade auch mit chromatischen aberrationen auch mit gegenlicht hervorragend elf blenden lamellen machen ein bürger mal richtig schicken blenden stern ja abgeblendet auf blende 8 oder 13 schon sieht man diese schönen feinen sterne gefallen mir sehr sehr gut bei dem objektiv auch wenn man vielleicht mal nachts unterwegs ist auf dem stativ und so weiter wenn man schon mal wenn ich schon mal das stativ anspreche eine bildstabilisation hat das objektiv nicht mit an bord aber wer mit fuji arbeitet mit den neueren modellen wird sicherlich sehr zufrieden sein mit der bildstabilisation über die kamera sony hat nur bei den aps-c kameras der teureren variante der bildstabilisation mit drin aber ich gehe davon aus bei der offenblende die man hat kriegt man vieles auch ohne vielleicht die bildstabilisation aus der hand fotografiert auch vielleicht mal ein bisschen längere belichtungszeiten bestimmt bei den 27 mm so ganz gut hin gewicht 560 gramm aber habe ich ja schon gesagt von der haptik her passt das ganz gut wie gesagt bei den kleinen kompakten kameras wirkt das wahrscheinlich ein bisschen kopflastig aber es ist natürlich dieser mords lichtstärke geschuldet autofokus noch ein ganz ganz wichtiger punkt das 75 mm im af hat für meine verhältnisse wie ich fotografie auch gereicht hier hat das ding auch ganz gut gesessen ich habe meine frau mal gebeten fotografiere mich mal in serie bei kontinuierlichem autofokus wäre schön gewesen sie hätte mein gesicht im zentrum gehabt aber sie hat mich da oben irgendwie an der kante erwischt aber trotzdem jeder schuss ein treffer autofokus hat gut nachgezogen ich habe auch mal unsere hündin fotografiert mit dem kontinuierlichen autofokus allerdings nicht in serie und da waren auch ziemlich gute fotos dabei rumgekommen also autofokus hier zusammen im zusammenspiel der schnellsten autofokus kamera das der fuji film xh2s hier mit dem objektiv harmoniert sehr gut trotzdem würde ich mal sagen reicht das level mit dem schrittmotor der hier eingebaut worden ist nicht für die direkte sportfotografie da wäre er wahrscheinlich ein bisschen langsam ich probiere aber auch bei den nächsten malen aus den autofokus kann ich hier bei der kamera in der geschwindigkeit in der dynamik alles ein bisschen einstellen ich bastel damit mal ein bisschen rum ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen kann aber im allgemeinen für die street fotografie oder 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 kann man den autofokus hoch ansiedeln ich bin sehr zufrieden mit der leistung wie gesagt des autofokus vignettierung werden in der kamera schon von vornherein gut weggearbeitet obwohl es das objektiv noch gar nicht irgendwie zu kaufen gibt aber die haben hier schon so ein bisschen was hinterlegt das funktioniert ganz gut stört mich auch ehrlich gesagt bei dem objektiv nicht es gibt ja kaum etwas was man leichter weg bügeln kann als die sogenannten vignettierung was habe ich hier noch aufgeschrieben denn wie gesagt datenblätter kann ich nirgendwo nachlesen das muss ich natürlich alles so selber hier jetzt aus dem datenblatt und auch das was ich jetzt hier selber erfahren habe so ein bisschen raus gucken wie gesagt ich habe euch schon gesagt mit der schärfe bin ich mega zufrieden und knüpft wirklich anderen das 75 millimeter objektiv offenblende 1.2 und ist eine gute ergänzung also diese beiden festbrennweiten reichen für eine hochzeit fast vollkommen aus ich habe ja noch ein drittes objektiv hier steht zwar kein pro drauf aber ich sage mal diese drei objektive damit könnte ich den ganzen urlaub gestalten hätte ich keine probleme ist es nämlich das 13 millimeter von wildrocks mit einer offenblende von 1.4 hier steht zwar kein pro drauf aber ich gehe mal davon aus bei der leistung die das 13 millimeter hier freilegt haben die wahrscheinlich nur vergessen hier im pro drauf zu kleben nenne ich das jetzt einfach mal so also ich bin mit der marke auf jeden fall mega zufrieden das ganze ist auch wer jetzt draußen viel unterwegs ist natürlich auch spritzwasser und staubgeschütze das hatte ich vergessen zu erwähnen und dann bin ich mal gespannt über die nächsten beiträge wenn ich euch ganzen haufen voller schöner beispiel bilder zeigen das habe ich jetzt in diesem beitrag noch nicht gemacht weil ich noch nicht so viele bilder gemacht habe da werdet ihr aussehen was dieses objektiv wirklich an leistung frei bringt auch in der videografie denn da werde ich morgen auch mal richtig einsetzen in der reportage ich muss jemanden interviewen und das macht natürlich mit der brennweite richtig spaß ich muss jetzt nicht wie bei den 75 millimeter so wie hier das 75 nimmt mich jetzt gerade auf in der sony zv 10 da muss ich jetzt nicht fünf sechs meter weit weg gehen da kann ich alles ein bisschen näher machen und wie gesagt ich finde die brennweite mega interessant ein immer drauf objektiv und das wieder zu einem fairen preis mit einer super tollen leistung und ich feiere das ding jetzt schon wieder und ich gehe mal davon aus die nächsten beiträge die ich hier zeige mit dem objektiv werden das ganze sicherlich nicht schlechter machen vielleicht sogar im gegenteil noch besser was man damit alles so anfangen kann vielleicht so mann haareinstellungsgrenze kann man dann mit makro machen ich glaube nicht so richtig aber es hat auch ein schönes bouquet davon mal ab und das bei 27 millimeter das soll es erst mal von mir gewesen sein ich hoffe ich konnte euch den mund so ein bisschen wässrig machen auf dieses schöne 27 millimeter objektiv und weiteres wird auf jeden fall dann noch folgen und wenn ihr bock zeit und lust habt dann hatte ich das auch glaube ich schon mal in einem beitrag angesprochen am 9.9 2023 hier bei mir im studio machen wir von wildrocks einen schönen nachmittag oder abend von 11 bis 14 uhr in einer gruppe und von 15 uhr bis 18 uhr in einer gruppe zusammen mit matthias proschke von value tech tv haben wir eine ordentliche batterie von wildrocks objektiven die ihr anfassen könnt ihr euch dran schrauben könnt wir gehen auch mal raus wir testen das ganze wir bauen hier so ein paar charts auf wir haben ein model dabei dass ihr auch mal im portrait bereich was aus checken könnt und ja dass ihr mal richtig mit wildrocks den objektiven dass ihr euch da mal eine persönliche meinung darüber machen könnt und das ganze findet statt wie gesagt am 9 9 23 das kostet euch nichts gar nichts das ist so ein bisschen werbung auch von wildrocks und wenn ihr lust und zeit habt dann würde ich sagen schreibt mir doch einfach nur whatsapp oder unter fotoschule minus nord at gmx.de dass ihr gerne dabei sein sollte dann seid ihr schon mal gesaved denn die anmeldung läuft später alles über matthias aber alles die diejenigen die sich schon vorher angemeldet haben können natürlich gerne daran teilnehmen und da könnt ihr darauf wetten dass 27 mm ist natürlich dann auch für euch dabei dann würde ich sagen das soll es erstmal von mir gewesen sein wir sehen uns dann in einem der nächsten beiträge bis dahin euer michael tschüss